Hier in den Energy Studios ist schon gleich Wochenende. Die Leute freuen sich auf das Weekend. Einer nicht, den Schelker. Es gibt nämlich ab sofort ein neues Game. Ab sofort muss nämlich jeweils eine von unseren Aufgaben lösen, bevor man ins Wochenende gehen kann. Und den Start macht, den Schelker. Warum hast du mir das wieder nicht? Also, das ist jetzt die Aufgabe. Für das brauche ich das hier. Leila, komm! Schelker, du weißt, das beste Zogli-Punkt dieser Stadt. Du musst ihr relativ einfach eine Drehung beibringen. Also, dass sie sich einmal um sich selbst dreht. Wie sie sich über die Schwanz beissen. Und dann kann ich ins Wochenende. Und erst dann kannst du ins Wochenende. Wie du das machst, ist mir völlig egal. Und wenn sie zwischendurch mal auskacken, ihr werdet sehen. Mach es so. Mach es so. Mach es so. Leila. Leila, lass uns mal. Leila, lass uns mal. Leila. Bitte, Stange wieder rauf. Nein, ich werde jetzt wuchen. Komm. Ich muss einfach so drehen. So. Ich muss einfach so drehen. Genau so. Zähl das an. Was hast du mit einem Homeboss? Leila. Leila, komm bitte. Stange rauf. Komm. Komm. Leila, komm. Ja. 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 Weisst du, ich habe keine Hunde, oder? Ich habe keine Ahnung. Überzähl, wo du das nicht drehen. Mach mal ehrlich hier. Simu. Du hast mir nicht gesagt, dass dein Hund schwer von Begriffen ist. Ha, 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 ha. Hey, du darfst mir Wochenende kälzen. Du bist ein bisschen. Nein, nein. Ein bisschen, ja. Probier mal das. Ich habe eine Idee. Habe schnell. Komm bitte. Komm bitte. So. Ha, ha, ha. Wir können die Daumen drücken, dass es klappt. Sitz. Jetzt ist mein Kudeli schon. Warte. 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 Mach was. Hä? Auf. Warte. Warte. Das ist schon geil. Sitz. Und drehen. Und drehen. Und drehen. Und drehen. Und drehen. Und drehen. Ja, das ist mein Wochenende. Ja, pff. Schöne, guiti. Weisst du, wenn wir den nächsten Fritti fertig machen? Ja, die Serie für Simu. Genau, dann geht gar nicht ins Wochenende. Das war die nächste Woche.